Wohin? Welche Kamera? Eigentlich ist es egal, ob es korrekt ist oder nicht. Der FC Bayern ist Champions League Sieger 2013! Bori, Pate, Borisov! Es war sehr kalt da. Claudio Pizarro. Stimmt! Chico, El Chico! Claudio Pizarro ist nicht nur ein super Typ, sondern auch ein weltklasse Stürmer. Den hat es in diesem Jahr sehr geholfen. Ich vielleicht? Ja, weil ich habe mir noch gedacht, gegen Barcelona im Halbminall waren es ja dann drei. Mario Gomez war ein Jahr vorher, glaube ich, wo der so viele geschossen hat. Deswegen! Das ist schwierig, das ist schwierig. Wer noch? Toni Kroos. Filippo, sorry man! Kevin Großkreuz? Kevin Junge, eingegrüßt! Ich glaube, das war die 89. Minute. Ist das korrekt? Es ist die 89. Minute. Arjen Robben! 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 Drei Mal! Drei Mal! Sieben Mal! Ah! Au revoir meiner Zeit! Fünf Mal! Ja! Sollte stimmen! Drei Mal in den 70er Jahren und dann halt noch zweimal. Mal fünf. Drei Mal.